Die Fahrradcomputer M3.1WR und M3.1WL haben jeweils zwei Tasten. Unten die Bike-Taste und oben die Set-Taste. Bei einem neuen Gerät müssen zunächst ein paar Einstellungen vorgenommen werden, die in einem Einstellmenü zusammengefasst sind. Beispielhaft wird hier die Sprache, die Maßeinheit und die Radgröße konfiguriert. Das Einstellmenü wird geöffnet, indem man die Set-Taste ein paar Sekunden gedrückt hält. Im Display blinkt Menu Open. Danach erscheint zuerst der Menüpunkt Total Werte. Mit der Bike-Taste wechselt man zur Einstellung und öffnet diese mit der Set-Taste. Auf dieser Menüebene lassen sich alle Einstellungen wie Maßeinheit oder Radgröße konfigurieren. Als erstes erscheint die Einstellung Language im Display. Um die Sprache zu ändern, drückt man nun kurz die Set-Taste. Mit der Bike-Taste blättert man die einzelnen Sprachen durch, bis die gewünschte Sprache im Display angezeigt wird. Die Auswahl bestätigt man mit der Set-Taste. Anschließend kann man mit der Bike-Taste zur nächsten Einstellung blättern. Die Maßeinheit lässt sich nach diesem Prinzip genauso anpassen. Die Geschwindigkeit in kmh oder mpH. Die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit. Das Uhrenformat als 24- oder 12-Stunden-Anzeige. Die Auswahl nimmt man jeweils mit der Bike-Taste vor und bestätigt mit Set. Blättert man im Einstellmenü weiter, kommt man zur Einstellung der Radgröße. Diese muss entsprechend auf das eigene Rad angepasst werden. Man öffnet die Einstellung mit Set und wählt über die Bike-Taste Rad 1 oder Rad 2 aus und bestätigt dies wieder mit der Set-Taste. Jetzt besteht die Möglichkeit, den Radumfang manuell über einen Wert in Millimetern anzugeben oder eine im Computer integrierte Reifenliste zu nutzen. In der Reifenliste sind die gängigen Reifengrößen hinterlegt und müssen nur noch über die Bike-Taste ausgewählt werden. Die Auswahl wird wie üblich mit Set bestätigt. Im Weiteren lassen sich noch zusätzliche Einstellungen vornehmen, um den Computer zu konfigurieren. So können Sie in den nächsten beiden Menüpunkten die Uhrzeit einstellen und die Displaybeleuchtung aktivieren. Verfahren Sie hier so, wie bei den Einstellungen zuvor. Der kabellose M3.1 WL kann optional um einen Trittfrequenzsender erweitert werden. Möchten Sie diesen verwenden, müssen Sie im nächsten Menüpunkt die Trittfrequenzmessung aktivieren. Öffnen Sie das Menü mit Set, wählen Sie mit der Bike-Taste On und bestätigen Sie mit Set. In den nächsten beiden Menüpunkten können Sie die Gesamtstrecke und die Gesamtzeit verändern, beispielsweise, wenn Sie innerhalb einer Saison den Fahrradcomputer gewechselt haben und Ihre Trainingsdaten nicht verlieren möchten. Hat man alle Einstellungen vorgenommen, hält man die Set-Taste für ein paar Sekunden gedrückt und gelangt so zurück ins Funktionsmenü. Weitere Informationen und Videos zu unseren Produkten finden Sie auf der Homepage www.cycleparts.de und in unserem YouTube-Kanal. www.cycleparts.de